PEGI 18 Lena, hörst du mich? Crane! Verdammt! Die Verbindung ist schlecht! Hör zu! Dein einäugiger Patient hat nicht halluziniert. Es gibt einen Ausweg. Er ist heute Morgen gestorben, Kyle. Ich fürchte, du bist auf dich allein gestellt. Lena? Lena! Ich bin aus Haran hergekommen, weil ich gehört habe, dass die Leute hier immun gegen den Virus sind. Ach ja? Und wer hat dir das gesagt? Ein Mann, der leider inzwischen tot ist. Dann hör ihm lieber weiter zu. Verdammte Scheiße, warum hilft mir hier keiner? Diese Spacken sind in so einem abgefuckten Kult. Ihre Anführerin nennt sich Motor. Überall kritzeln sie Symbole hin. Und diese komischen Rituale. Ich glaube, sie beten sie an. Ich würde alles nehmen, was meine Freunde rettet. Wenn ihr etwas habt. Wir haben dir einen Pfad und ein Zeichen gezeigt. Der Rest liegt an dir. Und deinem Glauben. Bleibe deinem Pfad treu, Fremder. Du stehst gerade erst am Anfang. Du hast dich gewacht. Du hast ihn. Du hast den Kopf, diezias sind inunal finished. Du hast den Kopf inрос conform handheld. Der Kopf issues captionisch.